Unsere Neuausrichtung kann man mit einem Satz zusammenfassen, Next Generation of Efficiency. Hinter der Next Generation of Efficiency verträgt sich ein neues Gehäuse, aber auch ein komplettes Konzept in Kombination mit unserem neuen Auslegungs- und Designprogramm. Und damit werden wir noch flexibler und schneller, um noch effizienter auf Kundenanfragen reagieren zu können. Mit dem neuen Gehäuse erreichen wir natürlich alle Dichtheitsklassen. Wir werden noch besser von der Stabilität her und natürlich auch flexibler und schneller in der Produktion. Wir können dadurch die Durchlaufzeiten verkürzen und dem Kunden schneller das Gerät liefern. Die Digitalisierung in der Klimatechnik ist natürlich extrem wichtig. Heutzutage wollen wir auch aus der Ferne Fernwartungen durchführen. Wir müssen die Betriebsdaten erfassen können, um rechtzeitig eingreifen zu können, um sehen zu können, ob Störungen auftreten. Aus diesem Grund ist das enorm wichtig und wir sind da schon gut dabei. Der Stellenwert der Klimatechnik wird immer größer werden, denn wir wollen den Energiebedarf reduzieren, wir wollen den CO2-Ausstoß reduzieren und wir wollen aber auch gleichzeitig einen gewissen Lebensstandort erhalten. Wir müssen die Gebäude erhalten und das geht nur mit effizienten, gut funktionierenden Klimaanlagen, wie sie auch die Minerika herstellt. Vielen Dank! Vielen Dank.